Mila, heute Abend an der Tankstelle. Heute Abend. Es wird nett, Mila Milena. Ach so. Toni ist Milas bester Freund. Sag mal bitte, hot or not? Hot. Wusste ich doch. Toni ist ein bunter Vogel, der viel Raum einnimmt. Mila Milena. Toni Tone. Toni, Mittwoch. Hi. Es freut mich sehr. Krass. Also Toni ist Lampendesigner, macht richtig tolle Lampen. Er ist ein Freigeist, ein Lebetier. Wo bist du überhaupt? In Kiki Playful. Oh Toni, warum gehst du denn ran? Ach, ist hier nur die Kuschelecke oder was auch immer das hier ist. Okay, ist doch nicht die Kuschelecke. Toni hat ja auch ganz viel Komisches. Der beste Freund ist ja auch so ein bisschen viel. Es ist viel Toni auf jeden Fall. Das muss komisch sein, das muss Humor haben. Das hat auch Leichtigkeit. Und was machen die, wenn du nackt bist? Wird gepixelt. Mhm. Ja. 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 Ja.